Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri und ich habe gerade unseren Garten gegossen, wie ich es angekündigt habe in der letzten Folge, habe ich das jetzt zwischendrin gemacht. Ähm, ja. So, was mache ich denn heute? Mir fällt gerade auf, dass ich überhaupt kein Harz mehr habe. Das finde ich natürlich überhaupt nicht gut. Achso, was ich heute mache natürlich ist Steinsammeln. Wir haben hier so eine Quest. Wir sollen möglichst viel Stein sammeln, also machen wir das jetzt auch. Also gehen wir jetzt los. Ich werde mir wahrscheinlich noch ein bisschen was zu essen mitnehmen müssen. Sonst wird daraus ja nichts. Also, das packen wir weg. Da mache ich mir noch mal ein bisschen was zu essen von. Ja. Ja, dann ziehen wir los. Da unten gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge Steine. Also mein erstes Ziel ist erstmal sozusagen hier die Karte steinfrei zu machen, zumindest soweit ich das kann. Denn diese großen Robben hier kann ich ja noch nicht wegmachen, wie ihr seht. Und ich werde jetzt sicherlich nicht in den fünf Tagen, in denen ich tausend Steine zusammen bekommen soll, anfangen, so hier meine Spitzhacke zu verbessern. Ganz abgesehen davon, dass ich das auch gar nicht kann. Ähm, weil ich nämlich kein Eisen habe. Das wäre so auch durchaus eine Idee, dass man vielleicht mal in der Mine vorbeischaut. Allerdings hätte ich dazu natürlich am allerliebsten einen Regentag. Das mache ich jetzt auch noch weg. Das stört mich. Da komme ich nämlich nicht durch. Ähm, den kann ich auch wegmachen. Baum, okay. Gleich ein ganzer Baum, das wollte ich eigentlich nicht. So, ich bin langsam erschöpft, dann muss ich jetzt mal langsam was essen, ne? Schon. Müssen Riegel essen. Noch einen essen. Und noch einen. Und? Wollen wir hier nicht? Wir wollen nicht, dass hier noch mehr Bäume wachsen. Das wäre nicht so gut. So, wir gehen hier weg. Gibt's denn noch mehr Steine hier irgendwo? Ah, Moment, da möchte was in die Quere kommen? Halt, stopp. Dass das hier wieder falsch kippt. Ich komme ich bald nicht mehr durch. Hm, ja gut, ich werde mal hier den Baum noch entfernen. Oh, eine Muschel. Oh, eine Muschel. Oh, eine Muschel. Gieß Muschel. Um genau zu sein. Na ja, ich meine, ich nutze jetzt die Gelegenheit, wenn man hier schon mal so eine Quest hat, dass ich hier auch quasi die ganze Karte davon, die ganzen Gedöns hier befreie. Dann, wenn man das macht, dann sind einfach die Chancen, dass man Sammelgegenstände hier findet, viel höher. Nur deshalb mache ich das, sonst wäre mir das ziemlich egal. Außer, abgesehen davon, wo ich ja nicht durchkomme, das ist klar, ne? Ach, das war wieder das Gamepad. Ach, jetzt habe ich vergessen, dass ich demnächst habe. Und der Zauberer hätte Toppers mitbringen können. Ah. Jetzt ist es zu spät. Oh. Und wisst ihr, was ich sehe? Das ist das Letzte, was wir für das Sammelpaket brauchen. Das Gemeindezentrum. Das ist auch sehr gut. Na, ich bin fast schon wieder am Ende mit meiner Energie. Habe ich irgendwas dabei? Einen Pilz kann ich essen. Das hilft mir wenigstens ein bisschen weiter. Das ist das. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ob es hier unten irgendwas gibt, das weiß ich gar nicht. Ich glaube hier wäre das gar nicht, dass so viel Zeug auftaucht, so viel Röll. Ne, dann essen wir den anderen Pilz auch noch. Einfach so meinen Pilz, ich meine rohe Pilz essen ist schon mutig, ne? So, 64 Steine habe ich zusammenbekommen. Das ist eigentlich keine so schlechte Bilanz, aber wir wollen natürlich eigentlich 1000. Da muss noch ein bisschen was zusammenkommen. Da wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als in die Minen zu gehen. Noch auffüllen. Ja, 75 von 1000 habe ich jetzt. Muss ich glaube ich noch ein bisschen sammeln, ne? Das ist jetzt im Herbst auch essentiell wichtig, dass ich ganz viel Heu hier aufsammle. Denn ich muss ja meine ganzen Tiere darüber bringen. Jedes Tier braucht jeden Tag eine Portion Heu. Das heißt, wenn ich vier Tiere habe, mal 28, könnt ihr euch ausrechnen, wie viel Heu ich zusammenbekommen muss, um diese vier durchzubringen. Und es ist ja auch gut möglich, dass wir noch ein paar weitere bekommen. So, das kommt jetzt mal hier rein. So, dann gehen wir noch zum Gemeindezentrum. Warum eigentlich nicht? Wenn wir jetzt schon mal alles dabei haben, dann möchte ich das auch schnellstmöglich abgeben. Jetzt noch was anderes, was ich abgeben sollte. Ja, ich denke nicht. Oh, ist noch eine Haselnuss. Und noch eine Haselnuss. Noch eine Brombeere. Auch gut. Oh, noch eine Brombeere. Jetzt noch eine. So, aber jetzt kümmern wir uns erst mal darum. Sammeln Herbst. Also einmal ein gewöhnlicher Pilz, eine Wildpflaume, eine Haselnuss und eine Brombeere. Lass mich raten, das gibt jetzt wieder Saatgut, ne? Ja, 30 mal Herbstsaat. So, damit brauche ich nur noch die Wintersachen. Die werde ich auch nur im Winter finden. Also so lange ist auf jeden Fall noch. Hm. Alles weitere machen wir dann wohl später mal. Jetzt müssen wir erst mal nach Hause gehen. Das ist jetzt schon wieder spät. Aber die Brombeeren da oben, die möchte ich schon noch mitnehmen. So, das wird verkauft. Hm, die Miesmuschel behalte ich mal. Was mache ich hier rein? Das mache ich. Das hätte ich auch verkaufen können. Haselnuss hier. Habe ich ganz übersehen. Gehe dann nochmal zurück. Ich weiß gar nicht, wie wird denn das Wetter jetzt morgen? Das muss ich doch mal in Erfahrung bringen. Wetter berührt für morgen. Wunderschöner, sonniger Tag. Okay. Okay. Naja, gut. Wir gehen schlafen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut. Nein, wir machen das noch durch. Sammelnstufe 7. Herstellungsrezept Baumdünger. Dann gibt's wilde Saat für den Winter und das Teleport-Totum für die Berge. Akt 4. Ja, es kommt immer so ein bisschen was zusammen. Ist jetzt wirklich am Anfang des Monats noch nicht so viel. Naja. Aber wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Eure Miri. Ja, es kommt immer so ein bisschen was. 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 Bis zum nächsten Mal.